mit andy und so weiter und vorher gab es noch einen anderen stream bitte einfach nicht die restliche hälfte angucken die war ein bisschen fsk 18 dann geht's los ja wohl hat er irgendwas aufklärend ist denn jetzt ist nur am rum hier man ich schwöre ich das geht den ganzen tag schon so der ist nur noch am jammern das sind das ist ja unpassend ich krieg langsam schmerzen was ist mit ihr quarter-life phase oder was ja wenn dir das hilft kannst du das ja gerne praktizieren aber ich helfe dabei nicht ich dachte du willst dass man es bei dir macht ich will meine hoden noch behalten mann hier ist wahrscheinlich der typ dass ich eine eierpresse anguckt und überlegt ob das sein boss toll finden würde als geschenk zu seinem jubiläum ok was red ich hier schon wieder aber hol dir auf jeden fall die mit schockfunktion nein hello guys hello nice to meet you i'm here for you and we play valoren together we can do it you ready for the game yes i feel the mederation nice yes i feel the mederation nice okay Oh, that was close. I catch him. Letzter Leben der Verbündeter. Oh, ich spiele eigentlich gerade Ranks. Seht nicht an und wisst, dass ich an eurer Seite stehe. Ich spiele doch echt nur mit Trolls. Bist du ein deutscher Kavalier? Ah, Schweden. Lol, der hat einen krassen Ping, Alter. Nee, Schweden. Schweden. Was hat der Junge dir denn getan, dass du ihn so ausfragst und stochst? Spike platziert. Schlaf. Oh Gott. Ein Gegner übrig. Bist du eigentlich? Ich scanne voraus. Es ist vorbei. Schade Narren. Oh, diese Narren haben gerade ihren Vorteil verspielt. Oh Gott. Oh Gott. Er ist einfach gestört. Ich bin hier nur ein 14-jähriger Obst, äh, da ja. Ist echt unkorend hier, also du fragst dir aus, als ob es deine Großmutter wär. kriege ich jetzt das erbe na na spike in a kiosk Das war's so, die bewegen sich alle, du bewegst dich nur nicht. Nein. Was ist das ausgradig ist? Lasst nicht zu, dass mein Doppelgänger euch trifft. Er wird euch töten. Brauche Beutel. Danke. Einfach nur gestört. Für dich, kleine Schwester. Den Gebiet auf. Oh, bitte. Man, ja, Mensch. Wollte ich gerade heilen. Ich bin auf der Spur. Ja, das könnte so sein. Ja, das könnte so sein. Ja, das könnte so sein. Eine Kugel pro Gegner sollte reichen, nicht wahr? Du hast recht. Das ist so true. Du hast recht. Du hast recht. Das ist so true. Du hast recht. Ja, das gibt's schon. Das gibt's schon. Das gibt's schon. Das gibt's schon. Die haut ein. Also, ja, das ist so recht. Ich steine voraus. Excusez-moi. Direkt hier. Schluss jetzt. Noch nicht bereit. Schockpfeil. 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 Ich bin der Jäger. Und morgen. Genemies. Letzter Leben der Verbündete. Schockpfeil. Die waren alle low, alter. Ein Gegner übrig. Mein Köcher ist nie voll. Wenn dir was los mit dir wirst du krank. Lade nach. Hast du wieder Verstopfung in deinem Hinterausgang? Alter, was? Das war jetzt mal mehr als eine Beleidigung. Boop. Los. Auf ins Unbekannte. Kaum in die Community eigentlich. Decke Gebiet auf. Unterwegs. Direkt hier. Wer ist der Nächste? Was ist der Nächste? Wir sind bei uns. Alter. Letzter Leben der Verbündeter Andy, soll ich dir mal deinen Bart rasieren? Noch 30 Sekunden Wir werden das ja streamen für deinen TikTok gedürzt Ja Für deinen Mülleimer Meine Ult ist bereit 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 Deine Ult ist jetzt schon seit 2 Tagen angestaut glaube ich Spürt sie auf Spürt sie auf Du warst echt mal für die krasse Pusteblumen bei dem Spiel Spike platziert Ich habe zu viel Spaß Ach man ey Ach er hat sich nur schlecht gestellt Ich habe dust Ich habe見 Was für uns machen ich bin schon hier hinter dir drück mal ab agiert gemäß meinen infos wenn ihr gesagt ich schiebe dir deinen fortnite in den ellen in die harnröbe ok was kennst du irgendwoher an die das kurs für videos an stimmte wovon heißen girls mit penis ich bin erneut siegreich ein gegner übrig alles klar ich glaube das mit dem ich wollte feuerwerk sie wollen einen kampf dann sollen sie einbekommen feierberg weiß das recht so ich weiß mein auge wird gerade die akte mittel machen es wieder trocken es zu augen tropfen die menschen gesicht spritzen kannst ich finde sie das ganze gesicht lernen du hast mich irgendwie war ich gemacht ist gar nicht gut ich denke die ganze zeit nur an das ist ein tik tok boi alba und dann Homer Simpson und Peter Griffin beim Auto waschen das höre ich besser auf zu sagen ob das wirklich jemand letzt erleben der verbündeter letzter leben der verbündeter letzter leben der verbündeter bis wir wieder zu hause sind ich glaube es ist deine Ego kann das sein so war es eigentlich mal drei mehr besser als ich also du gibst die grad keine Mühe ja das stimmt halt du bist du wirklich dreimal so gut selbst dein kumpel hat gemeint dass du dein mit bist direkt hier die ja beginnt einer mitte und du hau mein Ah, ich bin mit. Tunnel glaube ich. Tunnel, vielleicht. Letzter Leben der Verbündeter. Knapp. Wir wissen, was wir tun. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Heilerin so gut kennt. Du bist unglaublich. Habe ich doch was zu helfen. Und hat Gott eine Nachricht bekommen. Your message. Your mom, send your message. I send you my cough. Wieso? So was? Letzter Leben der Verbündeter. Ähm, wie seid ihr denn tot? Spike platziert. Sauber. Ich bin der Jäger. Wow, ich hab zwei dafür gehüttet. Letzte Runde in dieser Hälfte. Leute, wir haben einen Traum. Ich glaube irgendwas ist gerade abgestürzt. War noch nicht OBS, das ist schon mal ein Problem. Hör auf. Ich scanne voraus. Da sind sie. Nur wenn ich tief spüre, ist kein Jod alles. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, brother. Sie sind so weit und tot. Direkt hier. Decke Gebiet auf. Lade nach. Jetzt habe ich noch nichts. Letzter Leben der Verbündeter. Barriere erschaffen. Blut scharf. Hahaha. Lade nach geht durch. Direkt hier. Direkt hier. Direkt hier. Direkt hier. Direkt hier. Direkt hier. Was für eine neue Brille gekauft. Der Anzug ist neu, oder? Das Gesicht auch. Die Frisur, die du trägst, ist sehr interessant. Ich scanne voraus. Gegner bei mir. War das echt? Nichts. Ich habe euch hier. Das ist so seine. Fake. Geht uns. Direkt hier. Ja, so. Das überrascht mich gerade. Direkt hier. Ein Gegner. Was soll das? Hier. Hier. Platziert den Spike. Decke Gebiet auf. Platziert. Hier. 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 Dann. Höre. Wir fahren in 4x50 cm. Was Achterbahn. ich kenne voraus da sind sie ich habe den so war was besser so sein lehrer sein ein gegen aus Roman Der ist dahinten, der ist drin. Es tut mir leid, dass wir unsere Differenzen nicht beilegen konnten. Unsere neuen Freunde sind geistig freundlich. Ja, irgendwas passiert hier. Was? Was? Du hast eine Katze? Ich weiß nicht, wir tun es zusammen. Holden meine Hand, wir machen es. Du kannst es tun. Der ist da drin, ja. Recht ist heute. Spike in B. Recht ist heute, kann einer sein, gell? Was? Lade nach. Noch 30 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Ein gestörter Hütter. Ein Gegner übrig. Ich halte euch in der Rotein. Naja, nur von vorne eben. Ähm, don't surrender. Warte, was? Why? Oh Gott, ey. Ich hab sie... überrascht wo das ausbaut direkt hier noch eine die war da oben sollten wir das aus augen truff ins auge hauen ich weiß nicht mehr was heute über die los ist aber du bist noch gestörter als ich in der würde alles gut was ich würde sagen dass du eine mehrjährige wo man wirst du deine eier ausgehen so groß messer knyfe wo das mit und ich muss mich aufladen und wie war denn dein dienstag so wo bist du eigentlich kurz wussten diesen feiertag verbracht was irgendwie ein wochenende ja du warst beim bund dann ausgleichstag also gestern meine ich musste zu hause was Wir sind stark, weil wir zusammenhalten. Vergesst das Ding. Alles gut. Wenn du spielen willst, spielen wir. Decke Gebiet auf. Der Jakt beginnt. Spike im Angreiferspawn. Ich knappe 3x besser. Ein Gegner übrig. Ich mache das bestimmt nicht sauber. Fehlen noch 9 Kills. Gemeinsam werden wir sie unter ihren Vergehen begraben. Unterwegs! Unterwegs! Die fehlen noch 9 Kills. Irgendwann soll ich den gleich mal... ...Kampfschuss schicken, alter. Tief durchatmen. Mhm. Ich schieb dir 8 Kampfschuss. Ich scanne raus. Du verlierst. Sie werden spüren. Hilfe! Hilfe! Gehleit passiert! Gegner im Verteidigersturm. Ein Gegner übrig. Wie sagt, es hört sich. Von der geistigen Reifung. Eure Taktik ist gescheitert. Hört man? Aus, denke ich. Gegner in der Nähe. Augen auf! Was? Tengue-Eierkaufer. Brauche Beute! Lade nach! Danke! Danke! Auf geht! Danke! Gott, das dreht sich so lange. Ich scanne voraus. Nehme ihnen die Säße. Schenke Drohne los. Gegner bei BG. So, ne. Dann hat es sich so gelohnt. Gegner gekämpft. Noch eine Heilung. Nicht wieder ab. Ich sehe diese Heilung. Schockpfeil. Gegner bei BG. Lade nach! Na, nicht voll auf Störrweg. Ein Gegner übrig. Vorsicht da drüben. Makellos! Wow! Wie peinlich! Was meinst du Drohne? Lust auf einen Ausflug? Das Match ist wirklich sehr, sehr unentschieden. Ich weiß nicht, dass wir eigentlich die ganze Zeit kurz von verlieren sind. Was ist mir gerade so aufgefallen? Ich bin voll müde. Ich bin eigentlich extra wach. Noch wegen dir. Wusstest du das? Was? Hab ich nur für nicht gemacht, weil ich dich so liebe. Ich hab dich sehr gern. Wer ist der Nächste? Ein Gegner übrig. Ein Gegner übrig. Direkt hier. Oh Scheiße. Komm Mann. Bei dem hätte sich erst zielen gelohnt, er hatte auch eine Reaktion zu einer Totenkarte. Ich hab Geld übrig, weil's jemand was drauf? He love calm shots and cocks. From young boys. He liked it. I sent him every time a cock. Ja. Und los geht's. Scheiße. Das Kind hat es auch gehört, gell? Das werde ich angezeigt. Ich hab hier irgendwo ein fotografisches Zehn mangelassen. Ich hab den zwei. Meine Fresse bin einfach kaputt. Abuse unter mir. Schicke Drohne los. Das war unangenehm. Gegner bei Big. Wieso? Info? Decke Gebiet auf. Das ich bin der Jäger. Ich habe Angst. Letzter Leben der Verbündeter. Noch 30 Sekunden. So weit platziert. Kann ich eigentlich mit Sober auch Nine Maps machen? Noch nicht bereit. Decke Gebiet auf. Mach hier mal. Komm, Alter. Das ist nur... Fakes. Na, chill. Verteidiger gewinnen. Das ist so knapp. Hm. Was für ein Rang bist du denn jetzt eigentlich? Ja, das gab mir minus 16, du warst Gold, oder? Ja. Was warst du denn der letzte Season, da warst du noch niedriger? Du warst mir kurzzeitig Gold 1, dann hast du dich wieder einfach hochgeleavened auf Gold 2. Was warst du mal ohne mich gespielt? Match, MVP, Match, MVP, Match, MVP, du bist einfach fast ums Murfen, Alter. Der beschwört sich. Und ich würde sagen, Andi ist jetzt schon wieder raus, also... Habe ich mir nichts zu irgendwas... Ich muss das haben wir gespielt. Okay, du hast die Bitch, erzähl mal mehr darüber. Geil. Du wirst schon wissen, was du wissen tust. Gott, ich bin komplett übermutet. Ich glaube, ich geht schlafen, sonst wird immer mich morgen wecken. Herzchen. Das war so ein PlayStation-Titel. Und dann holst ihr. Das war ja ein Exklusiv-Titel, der muss ja irgendwie gut sein. Bei irgendeiner Zielgruppe ist es bestimmt gut angekuckt. Und dann lasst du Valorant spielen, danach lasst du Valorant spielen, dann jammert er rum wegen Valorant. Ich glaube, Andi hat heute seine Monatstage... Und wie sieht denn dein Hormonhaushalt diesen Monat aus? Schwankend. Schwankend, hahaha. Also, dann würde ich sagen, zum 18. Mal raus, der will jetzt doch nochmal Valorant spielen, aber wieder sehen soll. Ich bin müde, ich werde schlafen. Ich bin müde, ich werde schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020